Wir werden die Romano vor Kurven anstürmen, wir werden es gleich erleben, jetzt kommt ein Faktor. Unsere Laufvertreter und dann auf der Hausaufgabe, wenn wir jetzt eine Null einklicken, ja, was uns mehr spielt, da ist es jetzt das Finale. So ist es und natürlich wäre es gut, wenn unser Vertreter merkt, dass er natürlich hier zu Hause Unterstützung hat. Also, wenn Sie noch anfeuern können, dann lassen Sie es frei, die Motivation für Käppin Müllberg. Das wäre natürlich ein Ding. Und was ist das für eine Konkurrenz? Innen Dominik Kubera, daneben Rasmus Jensen, Außen, Nikolai Klint, zwei Dienen, Agitore und Käppin Müllberg. Yes, 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 yes Kann jemand jungen Ekubräder schlagen? Wunderschöpfung Willkommen, der Gnick. Ich habe so eine gute Klinik. Vielen Dank, die Rundle, die Kuliera und der Dank. Ja, auch nicht sind sie mit mir einer Meinung auch an Kevin Möller. Auf dieser Rundle hat sich hineingekämpft in dieses Finale. Die beiden dänen auf der Gegend gerade in Diskussion. Klatschen ab, wir freuen uns zu allen Teilnehmern dieses Finales. Ich lade sie ein, mit dabei zu sein bei der Siegehebung gleich im Anschluss. Und hier kommt der OEB-Pokalsieger 2022 aus Türen, Kuliera. Ja, so ist es, ich denke, Kermann hier in der Rechtefahrung. Der lieferte der Sieger, der Dominik Kupera. Platz 2, Rasskos, der Jensen, auferteilen Nikolaj Schnitt und auf dem Türenplatz. In diesem Jahr kommen wir bei der Siegerzeit mit dem Türenlo für die Stadtsystem. 9.16. Ja, ich denke, jetzt geht es hier. Aber der Jubel für die Frau, dann gleich die Siegerung. Jetzt ist hier hinterher schon passiert. Hier ist die Siegerung. Ich denke, jetzt geht es hier.